Vergangenes Wochenende fand in Röther das jährliche Sommerfest statt. Und was es da alles zu erleben gab, zeigen wir hier in diesem Beitrag. Zum Sommerfest am 23. Juni hatte in Röther der 4. Verein des Kindergartens Regenbogenland und der Röther SV eingeladen. Auf dem Sportplatz traten die Jugendmannschaften zum Saisonabschluss im freundschaftlichen Turniermodus gegeneinander an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Trotz des durchwachsenen Wetters lockte das Mitmachprogramm auf dem Festgelände zahlreiche Familien an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alle Einnahmen kamen im Kindergarten in Röther zugute. Und du brauchst einen Zauberbeutel. Und dann, den hältst du gut fest, und dann lassen wir die Rotzfahne von meiner Oma verschwinden. Komm, auf die Seite. Doktor, ich putze mir nur noch schnell die Nase. So, und jetzt lassen wir die Rotzfahne von meiner Oma verschwinden. Hier unten ist sie sauber. Nee! Doch! Und nee, Entschuldigung, hier ist sie sauber. Du steckst die hier rein, und dann überleg dir schon mal einen Zauberspruch, und dann lassen wir jetzt gleich die Rotzfahne verschwinden. Wir lassen die Rotzfahne verschwinden. Nein, das ist ausgestattet! Oh. Naja. Ich hab gesagt, der Schnellste, nicht der beste Zaubertrick. Ich hab gesagt, der Schnellste, nicht der Schnellste, nicht der Schnellste, nicht der Schnellste. Das Sommerfest klang bei Public Viewing und Disco am Abend aus. Musik Musik